Hi, ich bin der dezent angeschlagene Martl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penrith Music. Und heute geht es um das neue Album von Kali Uchis, Orchideas. Es ist nicht einmal ein Jahr her, da hat Kali Uchis ihr drittes Album, Red Moon in Venus, veröffentlicht. Habe ich ziemlich hoch gehabt letztes Jahr bei den besten Alben des Jahres. Jetzt ist eben schon ein Nachfolger herausgekommen, Orchideas. Und dieses Mal geht es wieder hauptsächlich auf Spanisch weiter. Natürlich gibt es den einen oder anderen Ausflug ins Englischsprachige. Aber dieses Album ist vor allem eines, nämlich ziemlich vielseitig. Sehr viele vielseitige Klänge gibt es hier. Es gibt eine Zelebrierung des Raggatons. Das hat es bei Kali Uchis in dieser Form auch noch nicht gegeben. Und dementsprechend finde ich dieses ganze Album schon wieder sehr, sehr spannend. Die Orchidee dient Kali Uchis dieses Mal als Leitmotiv. Das ist eigentlich nicht weiter verwunderlich, da die Orchidee ja auch die Nationalblume von Kolumbien ist. Und Kolumbien ist die Heimat ihrer Eltern. Und ja auch, da ist sie ja sehr stark verwurzelt. Die Orchidee übte immer schon eine spezielle Anziehung auf Kali Uchis aus, hat sie selber gesagt. Die mit diesem Album eben nicht nur ihren typischen, sehr leichten Sound präsentiert, sondern auch das ein oder andere Experiment eben wagt. Es ist ein Album, das die lateinamerikanische Kultur ehrt und feiert. Eine Platte, die natürlich auch lasziv als auch ziemlich schüchtern daherkommen kann. Kali Uchis hat sich außerdem ausschließlich lateinamerikanische KünstlerInnen ausgesucht für Features. Und nicht einmal Kindsvater Don Tolliver hat einen Platz einnehmen dürfen. Kali Uchis übrigens derzeit hochschwanger. Alles Gute für die Geburt, falls sie dieses Video jemals sehen sollte und übersetzen wird. Ich glaube es nicht, aber trotzdem alles Gute. Jetzt geht es eben um die Musik. Und da gibt es 14 neue Tracks. Die zeigen Kali Uchis eben sehr, sehr vielseitig. Der Opener Komo Asi, also ungefähr so, glänzt mit der ganz typischen Atmosphäre der Sängerin auf, die man nur sehr schwer beschreiben kann. Kali Uchis hat da einen ganz eigenen Sound kreiert, der unverkennbar ist, der auch heraussticht. Komo Asi ist ein sehr schöner Dub, ist auch ein Song, der mich sehr stark an Red Moon in Venus erinnert hat noch, kann sich aber relativ rasch als selbstständig, als eigenständig emanzipieren. Die Pause von Kali Uchis hat man in dieser Form noch nicht gehört. Es ist ein ständiges Träumen, zu dem sie uns einfach einladen mag. Und das zieht sich einfach bei jeder Platte so durch. Im nachfolgenden Mepongoloka, also Ich bin verrückt geworden, kommen dann wieder die poppigeren Klänge dazu tragen. Es ist ein komplett flockiges Lied. Es ist so eine wunderbare Welt aus Watte, so ein Bad aus Watte. Man möchte sich so lange wie möglich in diesem Track aufhalten. Und Kali wechselt auch hier mal ganz kurz ins Englische. Dann folgt schon das erste wunderbare Highlight dieses Albums, nämlich mit Igualque und Angel. Also genau wie ein Engel. Einem sehr harmonischen Duet mit Peso Bluma, das sich irgendwo zwischen 80s Pop und dem aktuellen Synth Pop bewegt. Hier ist alles sehr leicht. Man glaubt, Kali, wenn sie davon singt, dass der Himmel hier was zu tun damit gehabt hat, dass eben diese Person jetzt in das Leben reingekommen ist, ist ein wirklich sehr ansteckendes Lied. Ein sehr wunderbares Lied. Dem nächsten Song, Pensamientos Intrusivos, kann man den Vorwurf machen, dass zu viel dahin geplätschert wird, was aber eigentlich auch ziemlich frech wäre, weil der Song lebt von verträumten Vocals samt sehr vielen Echo-Effekten, Background-Streichern, aber auch dem sehr straighten Beat. Im anschließenden Diosa, also der Göttin, sind wir wieder mehr im Hausbereich unterwegs, allerdings wieder in der gediegensten Form des Genres. Zudem kommt man zum ersten Mal auch in den Genuss eines Raggathon-Beats, was dem ganzen Song durchaus noch eine gewisse Würze verleiht, was es ziemlich spannend macht. Dass Kali Ucci eine sehr selbstbewusste Frau ist, sollte mittlerweile bekannt sein, das hat sie uns ja ausgiebig schon präsentiert auf allen Alben, die bis jetzt herausgekommen sind, wer aber immer noch Zweifel daran hat, der soll sich einfach den Song Temata, also das bringt dich um an Hören, um endgültig von ihrer Stärke überzeugt zu sein. Es wird musikalisch hier wieder ein bisschen dramatischer, sie hat das auch immer wieder, so eine gewisse Form des Dramas. Es gibt hier einen Bolero zu hören, der auch auf ihrem zweiten Album Sin Miedo beispielsweise drauf hätte sein können. Sie singt über eine toxische Beziehung, die sie endlich hinter sich gelassen hat und sie schmückt ihren Text mit wirklich sehr herrlichem Instrumental aus. Es ist ein wirklich sehr großer Höhepunkt gewesen, dieses Albums mittendrin gelegen. Sehr schöne Sache. Zu elektronischeren Mustern wechselt sie dann wieder auf Perdiste, Du hast verloren, auch wenn hier die Reduktion deutlich im Vordergrund steht. Das ist wirklich ein sehr, sehr minimalistischer Track eigentlich. Der ist nicht sonderlich aufregend, aber trotzdem noch sehr gut. Dann kommt für mich der schwächste Track dieses ganzen Albums, nämlich mit Young Rich and In Love. Da passiert wirklich nicht viel. Das ist so R&B, wie er sein kann, der mir aber jetzt nicht wirklich viel zusagt, auch wenn gewisse Stärken von Kali Ucci natürlich gezeigt werden können. Aber insgesamt ist das hauptsächlich so ein Slower, ohne ganz großartig in Erinnerung zu bleiben. Dafür erholt sie sich dann wieder sehr schnell mit dem wunderschönen Tu Corazon es Mio. Wieder in Spanisch und Englisch gehalten ist es vor allem der Chorus, der hier seine Spuren hinterlässt und in dem man sich einfach verlieren kann. Ich mag das sehr gern. Der öfter angekündigte Reggaeton, der darf jetzt mal so richtig daherkommen, nämlich wenn die Platte so mehr oder weniger dem Ende sich zuneigt, zunächst auf der Lead-Single Mune Kitta, das sie zusammen mit Dembo-Legende L-Alpha und JT von den City Girls bestreitet. In unseren Breitengraden wird so ein Song immer noch nicht vermutlich auf sehr viel Gegenliebe stoßen, zumindest nicht sofort. Dafür sind die Klänge einfach zu untypisch, zu unorthodox und vor allem L-Alphas Stimme, an die muss man sich einfach gewöhnen. Die ist sehr schrill. Wer aber auf Dembo und auf Reggaeton steht, der weiß, dass es hier ein absoluter Banger ist, den wir bekommen und der macht eigentlich ziemlich viel Bock. Also es ist wirklich ein Genre-Banger gewesen. Ich glaube, man tut sich dafür aber dann leichter mit dem folgenden Song, nämlich mit Labios Mordidos, was sicherlich auch an Carol G liegt. Carol G, Carl Uchis, haben in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Song gemacht und das hat immer wieder wirklich hervorragend funktioniert. Sehr schöne Chemie zwischen den beiden. Es ist eine fantastische, sexuell sicherlich sehr aufgeladene Reggaeton-Hymne, die nicht lange genug dauern kann. Ja, und dann gibt es noch die drei letzten Songs von Orchideas. Die haben dann nochmal eine ordentliche Bandbreite vorzuweisen. Nur eine Leparte ist eine Mischung aus Neo-Soul, aus Pop, aus gewissem, ja, sagen wir mal, Reggaeton und dank der Strafe von Rau Alejandro auch wirklich was sehr, sehr Tolles. Also es macht da wirklich ein sehr gutes Feature. Noch zum Ende gibt es hier zu hören. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Eladito lässt Kali dann wieder zu Sin Miedo und Red Moon in Venus zurückkehren. Ist sehr launchig und sehr laid-back. Im Gegensatz dazu steht dann der Kloser Dame Besso Muevete, der noch einmal alle Körperteile zur Bewegung animieren möchte, was dank des Salsa-Ansatzes auch sicherlich funktioniert. Hier kommen dann auch noch Bläser dazu und gegen Ende darf dann ein Akkordeon so richtig den schnellen zweiten Teil dominieren. So etwas hat man von Kali Ucci überhaupt noch nie gehört. Es passt aber hervorragend zu ihrer Person, zu ihrer Musik, zu ihren Vorstellungen. Also es ist wirklich nichts, was irgendwie jetzt komplett ausnatürlich ist oder komplett rausfällt. Es passt einfach wirklich sehr gut zu ihr. Und dieses Album im Allgemeinen, muss ich sagen, ist einfach das vierte starke Album von Kali Ucci gewesen. Wie immer schafft sie es, verschiedene Stimmungen und Gefühle auszudrücken, in mehreren Sprachen, auch hier, aber auch in sehr unterschiedlichen musikalischen Stilen, die glücklicherweise sehr gut zusammenpassen. Und da bekommt man eben diese Retro-Sounds, die modernen Club-Bängern, dann auch wieder die sehr traditionellen Klänge geboten. Es ist alles mit dabei. Ich muss sagen, es war ein herrlicher Start ins neue Jahr. Ein herrlicher Start für mich für die erste Review im Jahr 2024. Und ich kann diesem Album auch 8,4 von 10 Punkte geben. Das war die Review zum neuen Album von Kali Ucci. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte like es, abonniert den Kanal, schreibt es in den Kommentaren, wie es euch damit so geht. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Review hier auf Penrith Music. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.